Hallo zusammen, willkommen im zweiten Vortrag heute Morgen. Tobias Ranft wird uns gleich mit seiner Erfahrung im Bereich der Zusammenarbeit ein paar Sachen erzählen. Das wird aufgezeichnet, Achtung, Kamera, und viel mehr sage ich gar nicht. Ich gebe direkt an Tobias rüber. Viel Spaß. Okay, nochmal herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, dass das Interesse so groß ist und dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin nicht der Riesenvortragsprofi, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen runterkommen. Ich hoffe, dass ihr mir, oder ich bin mir sicher, dass ihr mir das eine oder andere stolpern, häupern oder so verzeihen werdet. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was für euch mitgebracht und hoffe, dass da wirklich was bei ist, was ihr in eurem Alltag auch umsetzen und verwenden könnt. Und auch die eine oder andere Geschichte dabei. Ein bisschen was zu mir. Ich bin im Moment bei der Beratung Judith Andresen als Agile Coach. Da bin ich seit, bin ich der Junior und der Frischling, bin im März da angefangen. Und davor bin ich als Scrum Master, Agile Coach ein bisschen rum, habe rumexperimentiert und habe rumgearbeitet. Komme ursprünglich aus der Webentwicklung, hatte da auch viel mit Systemadministration zu tun, aber vornehmlich Web-Server aufsetzen und die ein bisschen betreuen. Insofern kenne ich das Szenario und weiß, womit man sich als Admin so rumschlagen muss und auch als Softwareentwickler. Wir bei BJA versuchen Organisationen dabei zu helfen, besser zu werden und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Unser Leitsatz ist dabei, echte Zusammenarbeit möglich machen. Das klingt wie ein hochgestochenes Ziel, ist aber wirklich ernst gemeint. Dabei ist uns nicht wichtig, nach der einen oder nach der anderen Methode zu arbeiten oder irgendwie bestimmte Prinzipien durchzusetzen. Echte Zusammenarbeit heißt für jeden was anderes. Und da wirklich auf die Dinge zu schauen, die wesentlich sind und nicht einfach nur einen tollen Namen dran zu bappen und dann zu sagen, jetzt sind wir fertig und jetzt heißt das Ding, das Alte, was wir immer noch so machen, heißt jetzt halt neu und wir erwarten jetzt die doppelte Performance davon. Also das halten wir für total fatal und dem wollen wir so ein bisschen entgegenwirken. Und wichtig, es gibt im Anschluss gerne eine Fragerunde, da könnt ihr mich gerne ausquetschen. Aber ich bitte euch, Fragen durchaus mittendrin einfach zu stellen, reinzurufen, gerne mit mir zu interagieren. Das hilft mir, ein bisschen lockerer zu werden. Und ich erzähle auch gerne was außerhalb von dem, was ich noch nicht vorbereitet habe. Genau, also seid da mutig. Ruft rein. Meldet euch. Also genau, dafür seid ihr da. Was haben wir heute vor? Ich möchte euch einen Weg aus der Misere aufzeigen. Wir sind jetzt bei ein paar Worte vorweg. Dann erkläre ich euch, warum weniger mehr ist und versuche euch so ein bisschen mit rein zu nehmen, dass es nicht immer das große Perfekte sein muss. Kraft durch Schwung, also warum, wenn wir nicht in Bewegung sind, warum uns das lähmt und warum dann bestimmte Dinge schwieriger sind, als wenn wir in der Bewegung sind. Transparenz ist ein agiler Wert. Also was Transparenz macht, wie man das, was Transparenz bedeutet und wie man das erzeugen kann, wie man da besser werden kann. Dann, welche Dinge zu beachten sind. Ich habe irgendwas gedrückt beim Präsenter. So. Dann erkenne dich selbst. Da geht es darum, wirklich nochmal auf sich selber zu schauen und auch dafür sich Zeit zu nehmen. Und einfach anders machen. Das ist mein Resümee für den ganzen Talk. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen trivial und vielleicht auch zu einfach oder vielleicht zu schwierig. Das mag es vielleicht auch sein, aber es ist meiner Meinung nach in jedem Fall das Richtige für euch. Und darum ist es so wichtig. Wir sind übrigens fancy. Also ich habe Cat-Content. Genau. Scrum ist alles, seit wir Scrum machen, ist alles super. Nicht. Wie komme ich eigentlich darauf, über dieses Thema reden zu wollen? In meinem Alltag, schon als Entwickler, aber dann auch als Scrum Master und als Agile Coach begegnen mir einfach viel zu viele Leute, die davon berichten. Ja, wir machen jetzt Scrum. Und es ist eigentlich viel, viel schlimmer als vorher. So, und ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Es ist total demotivierend. Wir greifen uns nur an. Wir schieben uns gegenseitig die Schuld zu. Und gestartet sind die alle mit einem gemeinsamen Beschluss. Ja, so wie wir es im Moment machen, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also machen wir es anders. Und dann ist irgendwie vielleicht das Management, vielleicht die Entwickler sind dahergekommen, haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt Scrum. Und am Anfang fühlte sich das vielleicht auch noch toll an. Und man hat sich davon bessere Lieferzeiten, höhere Qualität, weniger Kosten. Was man sich alles davon versprochen hat, das einzuführen. Und nach so drei, vier, fünf, sechs Monaten kommt man so auf den Boden der Tatsachen und merkt, ist irgendwie alles viel schleppender geworden. Und die Qualität ist nicht so gut. Und das Team braucht jetzt viel, viel länger für die gleichen Features. Und es kostet irgendwie mehr. Und die wollen sich irgendwie zum Planen treffen. Und in die andere Richtung heißt es, so von der Basis, ja, die da oben, die wollen gar nicht wirklich Scrum machen. Die haben nur gesagt, sie wollen Scrum machen. Und jetzt heißt es Scrum, aber wir machen eigentlich genau die alte Soße. Und im übelsten Fall ist das wirklich so ein Hauen und Stechen. Man gibt sich gegenseitig die Schuld dafür, dass man in so einer Misere steckt. Und darunter leide ich, das eigentlich zu hören. Scrum sagt von sich selbst, dass Scrum leichtgewichtig sei, einfach zu verstehen und schwierig anzuwenden. So, ich finde, Florian Haas hat es gestern total gut zusammengefasst. Da steckt auch so ein kleiner Vorwurf drin, den kann man da raushören. Wenn ihr das nicht hinkriegt, seid ihr zu blöd dafür. Ich höre den nicht unbedingt raus, ich höre es eher so auch als Warnung. Achtung, wenn ihr den Ideen folgt, die wir hier drin haben, dann betretet ihr einen Weg, der länger sein kann und der auch wirklich schwierig sein kann. Aber das ist natürlich Interpretationssache. Jeder hat da so sein eigenes Verständnis, wie er das liest. Allen gemeinsam ist, dass man sich diejenigen, bei denen die Einführungsforms-Scrum nicht funktioniert, dass man total unzufrieden ist mit der Ist-Situation und dass die Beteiligten tatsächlich leiden. Und wie man diesem Leid entgegenwirken kann, was man tun kann, da möchte ich euch so heute einen kleinen Lichtblick für geben. Vielleicht schaffe ich das so, euch einen Impuls mitzugeben, was ihr da tun könnt. Grundsätzlich ist zu bemerken, Scrum kann durchaus funktionieren. Ich habe als Webentwickler in einer Firma gearbeitet, die so Motorradzubehör verkauft. Und da ist das Team gewachsen und dann war die Frage, wie organisieren wir uns in einem größeren Team? Das war so ein traditionelles Unternehmen mit auch einem traditionellen Abteilungsleiter. Und der hat gesagt, so, wir fangen jetzt an, mal irgendwie Pflichtenheften zu schreiben. Und davor war alles relativ klein und überschaubar, da brauchte man das nicht. Aber das war das, was er sich so vorgestellt hat, was man überhaupt machen kann. Und in dem Moment haben wir so uns als Entwickler zusammengetan und gesagt, ja, es gibt ja so Agile und Scrum und so weiter. Vielleicht könnten wir da mal in die Richtung was ausprobieren. Und er hat gesagt, ja gut, warum nicht, ist ja nur ein Team. Und dann haben wir das Scrum eingeführt und es war nicht alles rosig. Also da viele Dinge an vielen Fragen haben wir lange geknuspert, haben uns die Hände blutig oder die Arme wirklich aufgeschraubt mit der Geschäftsführung und auch mit bestimmten Abteilungsleitern. Aber insgesamt war es doch eine erfolgreiche Implementierung von Scrum. Also es hat allen Spaß gemacht und das Team hat über die Zeit gelernt, was es eigentlich bedeutet, Software, so als ein Software-Team, Software als Team zu entwickeln. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil das meiner Meinung nach nicht selbstverständlich war. So, es gab da in dem Unternehmen noch andere Teams, die alle nach dem Motto gearbeitet haben, so ich habe meine Ecke und du hast deine Ecke und gemeinsame Entwicklung heißt, dass du mich in meiner Ecke nicht störst und ich störe dich in deiner Ecke nicht. Und das geht halt nur eingeschränkt bis zu einem gewissen Punkt, meiner Meinung nach, und es skaliert nicht so richtig. Und da war Scrum wirklich für das Team, in dem es eingefüllt wurde, ein Segen, an dem sie gelernt haben, wie sie halt mit einer sehr großen Menge, und es waren dann nachher irgendwie im Maximum drei Teams, die daraus entstanden sind, weil das Team so groß geworden ist, da hat es sich geteilt und so weiter, ist jetzt wieder kleiner geworden. Aber drei Teams, die alle sehr gut zusammen funktioniert haben und Hand in Hand gearbeitet haben. Und man könnte sagen, super, alles ist prima. Genau, das hat die Firma auch gedacht. Super, alles ist prima. Also machen das jetzt alle Teams. Also, wenn das bei denen so gut funktioniert hat und bei denen wirklich ein Gewinn ist, dann räumen wir das jetzt eben auf alle Teams aus. Auch die Admins, auch die anderen Entwicklungsteams. Und die haben gesagt, ja, Dankeschön. Die waren durchaus beeindruckt, auch von dem, was in dem anderen Team gelaufen ist, haben gesagt, finden wir auch gut, würden wir auch gerne haben. Insofern gab es eine gewisse Bereitschaft, mitzumachen. Aber bei den anderen Teams hat sich gezeigt, nee, das ist nicht selbstverständlich, dass Scrum, eine Implementierung von Scrum, ein Erfolg wird. Und die haben ganz schön darunter gelitten. Also, meiner Meinung nach haben vor allem die Adminster darunter gelitten, weil die sehr serviceorientiert waren. Und die haben gesagt, ja, wo ist denn mein Produkt? Also, wir haben gar kein Produkt. Und wenn ich mich um ein Produkt kümmere, dann irgendwie in meiner Freizeit, also, wenn nicht irgendwelche Serviceanfragen da sind, und ich kann nicht irgendwie so einen geschlossenen Produktproduktionszyklus mir nehmen. Das funktioniert für meinen Job nicht. Naja. So, was kann man dann machen, wenn es dann doch passiert? Also, was kann man tun, wenn ihr in der Situation seid, ihr müsst oder wollt Scrum machen und es erzeugt nicht die Zufriedenheit und die tollen Ergebnisse, die ihr euch eigentlich erwartet habt und erhofft habt. Und es fühlt sich eigentlich eher wie so ein Fremdkörper an. Also, da werden dann Rufe laut mit, ja, lass uns doch Kanban machen oder lass uns doch einfach zu dem zurückgehen, wo wir vorher waren. So wie beim letzten Mal. Und ich glaube, dass diese, meistens bleiben diese Rufe nach, wir machen es jetzt ganz anders wieder, bleiben irgendwo stecken, weil dafür hat man nicht mehr die Kraft, da noch was Großartiges zu bewegen. Also, was macht man in so einer verfahrenen Situation? Punkt 1. Weniger ist mehr. Also, bei allem, was ihr tut, viele, die mir begegnen, haben so eine großartige Erwartung ebenso. Wir müssen jetzt mal das auf die richtige, richtige Spur bringen. So, und jetzt, wir haben gemerkt, das hat nicht funktioniert, also machen wir es jetzt ganz anders. Und ich sage, nein, überfordert euch nicht, so. Also, versucht nicht irgendwie, dann kommen Fragen auf, wie kann ich das jetzt der Abteilungsleitung verkaufen? Oder wie kann ich die Geschäftsführung davon überzeugen, dass es doch alles Murks war und so weiter. Versucht es gar nicht erst. Nehmt euch irgendwas, was klein genug ist, damit man niemanden überzeugen muss. Also, was man machen kann im kleinen Rahmen, ohne dass man großartig ein Riesenprojekt ausrollt. Also, versucht die Dinge klein zu machen und wirklich in kleine Happen, die ihr auch schlucken könnt, aufzuteilen. Ganz wichtig, versucht nicht irgendwie, euch auf die Suche nach der perfekten Lösung zu machen. Ich glaube, dass es das nicht gibt. Ich glaube, dass jede Lösung immer ein Zwischenschritt ist von, da stehen wir dann und dann gehen wir weiter. Also, es gibt es sowieso nicht. Und zweitens ist es so, dass ihr euch selber hemmt, auf der Suche etwas richtig, richtig gut machen zu wollen. Also, es gibt Teams, denen raten wir, sich nicht mal auf die Suche nach dem zu machen, was überhaupt gut ist, sondern sich auf die Suche nach etwas zu machen, was sie anders machen können. Und dann im Anschluss zu bewerten, ob das, was sie anders gemacht haben, überhaupt gut gewesen sind. Viele geniale Erfindungen sind deswegen gemacht worden, weil Dinge ausprobiert wurden, sind zufällig entdeckt worden. Und manchmal kann man das, was man erreichen möchte, einfach nicht planen. Und ihr macht euch selbst das Leben schwer, wenn ihr das doch versucht und hindert euch daran, überhaupt loszugehen. Außerdem steckt meiner Meinung nach Genialität ganz häufig in etwas Einfachem. Also, richtig geniale Sachen, ich schaue auf Programmcode, dann sind nicht die 50 Zeilen, in denen alles kompliziert hin und her geworfen wird, genial, sondern das, wo man kompakt und verständlich etwas umsetzen kann. Und ich glaube, dass da ein wirklicher Schlüssel drin liegt, nicht nach einer großen, schwierigen Lösung zu suchen, sondern da einen Fokus auf etwas Kleines zu legen. Und ich glaube schon, dass, wenn ihr an euren Arbeitsalltag denkt, dass es Dinge gibt, die euch da einfallen. Also, wenn euch Jira stört, also so, da bin ich total d'accord. So, ich glaube, dass Jira tolle Sachen kann, aber das ist eben auch manchmal, also so, manchmal ist es mit Jira wie mit so einer Flasche Cola und Bienen. So, die Bienen, die draußen rumschwirren, die wollen gerne in die Flasche und die Bienen, die in der Flasche sind, die wollen unbedingt raus. So, also, also, wenn euch Jira stört, so, dann ist nicht, versucht nicht die Revolution zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt ein Papierbord einbauen. Oder umgekehrt, wenn ihr ein Papierbord habt, versucht nicht die Revolution, wir müssen jetzt unbedingt Jira einbauen, sondern versucht zu benennen, was euch genau stört. Also, was ist der Punkt daran, was könnt ihr nicht tun, das ihr mit dem anderen Tool tun könntet? Und das versucht ihr entsprechend abzubilden. Und dann guckt ihr weiter, was haben wir daraus gelernt? Und ist es tatsächlich besser abbildbar mit der anderen Art? Und ich glaube, dass sich so erstens viel besser Dinge umsetzen lassen und im Zweifel auch viel besser verargumentieren lassen, weil man aus der Erfahrung heraus viel besser sagen kann, wir haben das ausprobiert, das hat es für uns nicht gebracht, zum Beispiel. Oder wir haben es ausprobiert, ja, das war's, aber wir wünschen uns dann noch mal ein bisschen mehr. Einfach anders machen, habe ich jetzt ja nun ausgeführt. Einfach anders machen, habe ich auch schon gesagt, man muss nicht unbedingt wissen, dass es besser ist. Man muss sich erst mal sicher sein, dass es anders ist, als das, was man bisher hat. Und mit dem, was man bisher hat, ist man ja offensichtlich unzufrieden. Und das anders hat in der Regel das Potenzial, besser zu sein. Einfach anders machen, also nehmt euch einen Fokus heraus und verwuselt euch nicht mit zehn Dingen gleichzeitig oder mit etwas Großen, nehmt euch einen Fokus heraus und macht es tatsächlich. Setzt es um, dann habt ihr was, was ihr auch vorzeigen könnt. Und dann habt ihr was, ich erlebe ganz häufig Teams, die sagen, wir sind stabil. Also wir arbeiten schon länger zusammen, wir haben uns gefunden, wir haben uns so zurechtgerauft, das funktioniert ganz gut. Ja, da ist mal ein neuer dazugekommen, vor zwei Jahren. Und der hat aber auch ganz gut reingefunden. Und wir passen eigentlich ganz gut zusammen. Und diesen Teams fällt es unheimlich schwer, Dinge tatsächlich zu verändern. Also bei allem, was man dann vorschlägt oder was man an Ideen hat, sagen die, ja, aber. So, das könnte man so machen, aber. Und mein Eindruck ist, dass diese Teams halt häufig verlernt haben, sich zu verändern. Die konnten das am Anfang mal, aber die haben sich so eingerichtet, haben gesagt, ja, so die wichtigsten Punkte, nicht alles ist super, aber so die wichtigsten Punkte habe ich so für mich irgendwie so um mich rum platziert und alle anderen, denen geht es auch so. Und dann ist man, sitzt man zusammen eigentlich ganz bequem da, wo man ist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, also nichts gegen Bequemlichkeit. Jedes Team braucht eine gewisse Ruhe und eine gewisse Kontinuität und man braucht so ein Gefühl von, ja, ich weiß, was kommt. Das geht Kindern übrigens genauso wie Erwachsenen. Das ist, wir Menschen sind da Gewohnheitstiere, es darf sich nicht jeden Tag alles ändern. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, einen kleinen Teil sich beizubehalten, indem ihr euch kontinuierlich verändert, indem ihr vorangeht, indem ihr, ja, einfach lernt, was Veränderung bedeutet und wo diese Veränderung stattfindet, aus welchen Momenten diese Veränderung erwächst. Also schafft euch Rituale, wir sind Gewohnheitstiere, schafft euch ein Ritual von Veränderung. Wo findet eure Veränderung statt? Manchmal habe ich das Gefühl, man erwartet so, Veränderung kommt automatisch so, die fliegt so vom Himmel und dann sind wir besser. Glaube ich nicht. Also man muss immer darüber reden, wo ist meine Grenze, wo ist deine Grenze, was findest du gut, was finde ich gut, wie kriegen wir das zusammen und was bedeutet das für uns und was wollen wir jetzt konkret machen und diesen Ort, den müsst ihr finden und bestimmen und das müsst ihr üben, auch tatsächlich zu tun und ich glaube, dass auch in eurer Firma und in eurem Kontext, in dem ihr seid, die Erwartung eine ganz andere ist, wenn Veränderung schon geübt ist. Also wenn alle wissen, ja da kommt ab und zu mal was Neues und das ist dann vielleicht nicht so riesig, kleine Schritte und die kommen aber dafür kontinuierlich, dann weiß ich, ja ich muss da, wenn ich da an dem Board was verändern will, dann muss ich mit dem und dem Team sprechen, die administrieren das oder ich weiß, da brauche ich die Erlaubnis für den Abteilungsleiter für oder ich weiß, da sollte ich vielleicht nochmal mit der Fachabteilung reden. Dabei finde ich es aber wichtig, wenn man jetzt eine Veränderung macht, dass man auch erkennen will, die Veränderung wisst war, dass man wieder zurückgehen kann, weil es gibt nämlich viele, die sagen Veränderung und da sind wir den Weg entschieden, der wird jetzt gegangen bis zum mittleren Ende, ohne dann zu sagen, okay halt Stopp, wir haben Fehler gemacht. Genau, also du hast gesagt, du findest es wichtig, dass wenn man die Veränderung gemacht hat, dann ist es wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, also das einerseits zu messen und dann eventuell wieder zurückzudrehen und nicht sich auf alle Zeit darauf festzulegen und dann zu verharren in dem, was man eigentlich ausprobiert hat. Also genau das. Versucht da eine Leichtigkeit in der Veränderung euch zu schaffen, sodass ihr eben auch das Zurückdrehen geübt habt, weil ihr wisst, ja nicht alles, was wir irgendwie mal gemacht haben, ist sofort Gold, sondern wir haben irgendwie auch ein paar Fehler dabei gehabt. Fail early, fail often. Probiert Dinge aus. Und meiner Meinung nach ist der Ort, wo Veränderung in Teams stattfindet, immer in einer Art und Weise, sowas wie eine Retrospektive. Es muss nicht so heißen. Es kann in kleinen Teams auch das Feierabendbierchen sein. Aber es ist eine Zeit, in der ihr euch mit der Frage beschäftigt, wie kann ich mich verbessern? Wie können wir uns verbessern? Was müssen wir an unserem Prozess verändern? Was müssen wir an unseren Tools verändern? Wobei, also so als Techie versucht man immer irgendwas mit Tools zu machen. Es ist nicht immer das Tool, das die Lösung ist, aber probiert es gerne aus. Also so, warum nicht? Wenn euch das im Moment so scheint, dann ist es vielleicht das Tool. Und das, was du schon gesagt hattest, es gibt Lösungen, die nicht funktionieren, aber es gibt Lösungen, die funktionieren. So, und wenn ihr etwas gefunden habt, das funktioniert, dann lässt sich das auch viel einfacher verargumentieren. Ich kenne ein Team, das kommt so aus der Redaktionsbranche, sage ich mal, also Verlag, Verlagsbranche. Und die sind, die haben halt so eine sehr lange Historie. Die wissen ganz klar, wer, wie, wann, wo, für was gefragt werden muss. Also eigentlich weiß es das Team nicht, weil so dieses ganze neue elektronische Zeug ist halt da nicht, eigentlich nicht eingeordnet. Aber die, es gibt da so, man muss da den Chefredakteur für möglichst viel fragen. Und da gibt es so eine Angst von, wenn ich was falsch mache, was passiert dann? Also so, könnte es mich irgendwie meine Beförderung oder mein Job oder Größeres oder in jedem Fall werde ich ausgeschimpft kosten. Also es gibt da keine, nicht unbedingt eine gesunde Fehlerkultur. Und dann ist natürlich auch die Angst groß, Dinge mal auszuprobieren und zu verändern und voranzutreiben. Und da glaube ich, kann dieses wirklich in Schwung zu kommen, kann halt helfen, über diese Angst hinweg zu gehen und gleichzeitig eine Bestätigung in funktionierenden Lösungen zu finden. Das heißt, ihr seht, okay, wir haben das und das erreicht, wir haben auch irgendwie mal ein bisschen Mist gemacht, das war nicht so toll, aber das haben wir auch wieder abgeschafft. Aber es war auf jeden Fall viel dabei, das wir für uns erreicht haben. Achso, ein Nachtrag nochmal. Ich habe, kenne ein Team, die haben eigentlich regelmäßige Retrospektiven. Und dann war es aber so, dass sie irgendwie, war der eine krank und dann war der PO nicht da und haben dann gesagt, lass mir ausfallen oder dann sind die nicht so richtig wieder in ihren Sprintzyklus gekommen und dann holterdiepolter waren irgendwie zwei, drei Monate rum und dann hieß es ja, was machen wir denn jetzt? Wie fangen wir denn jetzt unseren Sprint an? So, und machen wir jetzt eine Retrospektive oder nicht? Für die war es ein totaler Angang, wieder in ihre alte Gewohnheit zu kommen. Also es war überhaupt keine Frage in der Zeit, in der sie das regelmäßig gemacht haben, aber als es dann irgendwie drei Monate pausiert hat, war es wie, wir führen das neu ein. Und ich glaube, das zeigt eben die Kraft, die darin liegt, in der Bewegung, die ihr dann aufnehmt und die ihr habt, die macht es einfach, die macht es leichter für euch, Hürden zu nehmen und nicht an bestimmten Dingen einfach hängen zu bleiben. So, du hattest schon gesagt, hier, wenn etwas, wenn wir uns für was entschieden haben, das halt nicht so toll ist, dann müssen wir das auch wieder zurückdrehen. Die Frage ist, wie erkennen wir eigentlich, dass etwas nicht so toll ist? Für uns ist wichtig, wenn wir irgendwo hineingehen und sagen, ihr müsst agiler werden, dann heißt es in der Regel, es wird irgendwas transparent gemacht, was vorher nicht transparent war. Wir sprechen über Probleme, wir sprechen über Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, wir zeigen vielleicht, wir definieren unseren Entwicklungsprozess oder den Anforderungs, und unser Anforderungsmanagement und klären, so und so müsste es eigentlich sein und dann wird es aber gegen die Realität gehalten und dann sehen wir, so und so ist es eigentlich gar nicht und viele sind dann erst mal geschockt, manchmal sogar demotiviert, weil sie das Gefühl haben, Mensch, als wir damit angefangen haben, da hatten wir so fünf Probleme und jetzt machen wir das und jetzt haben wir 20 Probleme und ich glaube, dass Agilität erst mal und Transparenz nicht automatisch Probleme löst. Ich glaube, dass diese 20 Probleme, die dann aufgetaucht sind, nicht durch das Verfahren, das eingeführt wurde, erst entstanden sind, sondern die waren vorher schon da, die sind halt nicht sichtbar gewesen. Also das Anforderungsmanagement hat auch vorher nicht funktioniert. Es wurde vorher auch schon nicht richtig definiert, was, wer, wie, wo eigentlich zu sagen hat und wer eigentlich definiert, nach welchen Akzeptanzkriterien das Ding abgenommen werden soll. Aber jetzt soll es plötzlich jemand machen und da sieht man, diese Akzeptanzkriterien sind aber nicht da. Wie soll ich denn das machen? So und diese Transparenz, lasst euch davon nicht demotivieren von den Problemen, sondern nehmt es als Chance, dem entgegenzugehen. Also die gibt euch im Prinzip, das ist das Werkzeug, das ihr braucht, um die Probleme überhaupt lösen zu können. Bevor ich nicht gesehen habe, dass mir Akzeptanzkriterien fehlen oder dass Dinge nicht so gut laufen, davor ist mir gar nicht bewusst, dass ich an dem Rädchen drehen sollte und etwas verstellen sollte. Und genauso auch in die andere Richtung. Wenn ich als Entwickler oder als Admin mit etwas unzufrieden bin und sage, wir müssten das lass uns das mal ändern und mir wird gesagt, nö, machen wir nicht, dann versuche ich etwas zu finden, mit dem ich nein, dann versuche ich etwas zu finden, mit dem ich das, was ich mit dem mit dem ich das, was mir auf dem Senkel geht, messen kann und sichtbar machen kann. Und wenn es nur ist, die Entwickler sind alle oder wir sind alle unmotiviert, uns macht das im Moment keinen Spaß, dann führe ich eine Umfrage ein und messe mal die Zufriedenheit. Und dann habe ich einen festen Wert, den ich jemand anders geben kann und über den ich sprechen kann. Also findet da zusammen eine gemeinsame Sprache. Also genau, im ganzen Umkreis zeigt so die Größe. Also da sage ich wieder, ach so, danke. Du hast gesagt, es könnte passieren, dass wenn ich einfach Dinge mache oder sichtbar mache, zum Beispiel eine Umfrage mache, sagt mal, womit seid ihr unzufrieden, dass ich im schlimmsten Fall nach Hause gehen muss, weil das so die Company nicht haben möchte. War es richtig wiedergegeben? Okay. Also da denke ich so, kleine Schritte und den Rahmen, in dem ihr einen Einflussbereich habt, auch tatsächlich ausschöpfen. Also zum Beispiel mal im Team fragen und dann nicht unbedingt fragen, womit seid ihr unzufrieden, sondern vielleicht fragen, wie zufrieden seid ihr eigentlich? Also so, wenn das das Problem ist, also versucht es so zu kondensieren auf das, was das tatsächliche Problem ist. Wenn ihr, wenn du das Gefühl hast, es müsste eigentlich mehr Zufriedenheit zwischen den Entwicklern geben und wenn das, wenn der Schritt dann zu groß ist, ist er vielleicht zu groß. Also so, dann versuch nochmal in dich zu gehen oder mit deinen Kollegen zu sprechen und versuch einen kleineren Schritt zu finden. Aber grundsätzlich überprüft das, was ihr tut und versucht euer, beantwortet das deine Frage? Oder? Grundsätzlich sage ich, versucht euer eigenes Messimperium von dem Zustand, den ihr habt, zu schaffen. So, also versucht das zu belegen, was ihr, warum, wie ändern wolltet und wo die Probleme lagen und was das, was ihr geändert habt, dann geändert, er ändert an dem, an der entsprechenden Kennzahl. Wenn ich das messe, Zufriedenheit und dann sage, jetzt machen wir mal irgendwie ein Team-Event und danach ist die Zufriedenheit nicht größer geworden, dann kann ich mich schon fragen, war das jetzt sinnvoll? Und dann würde ich sagen, vielleicht nicht, sondern ich muss noch mal was anderes ausprobieren. Das Messen ist aber auch hier entscheidend. Also ich kann natürlich auch fragen, sag mal Leute, was findet ihr an Scheiße? Aber ich kann natürlich auch fragen, was findet ihr gut? Ja, also nicht anders vielleicht, als jetzt hier auch so früher rauskommt, sollte man auch die positiven Dinge anfragen, damit man auch die zeitlichen Bildern hat. Genau, also das Messen ist auch entscheidend und man sollte nicht unbedingt nur die negativen Dinge abfragen, sondern auch die positiven Dinge. Also wenn ich abfrage, was findet ihr denn gut? Dann lege ich eventuell einen ganz anderen Schwerpunkt in meiner Messmethode. Natürlich. Also das, was ich messe, das will ich auch sehen und das beeinflusst durchaus signifikantes Ergebnis. So, aber ihr seid da, also ich finde, als Admin und Techie ist man so auf Kondensation von was will ich eigentlich jetzt ganz genau haben? Das ist eigentlich prädestiniert, da gute Messmethoden zu finden. So, und möglichst Messfehler irgendwie zu eliminieren und klein zu halten. Und natürlich müsst ihr euch da ein bisschen sozialpädagogische Gedanken machen mit, messe ich jetzt, was findet ihr gut oder was findet ihr blöd? Oder wie gut geht es euch eigentlich oder wie schlecht geht es euch eigentlich? Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wissen Techies schon, wie sie jetzt eine eine eindeutige Frage stellen müssen. Also ihr bringt da, glaube ich, mehr mit als so mancher Sozialpädagoge, der mir begegnet ist. Genau, also macht Probleme sichtbar mit dem, was ihr messt. Dann, also nochmal, erkennt euch selbst, nehmt euch Zeit, auf den Prozess zu schauen und mir im Alltag, also wenn ich Teams frage, ja, warum macht ihr denn keine Retro? Dann gibt es so zwei Standardantworten. Die, die eine Antwort ist, wir haben keine Zeit dafür. So, und ich, ich persönlich stelle mir dann immer so, so, so zwei Leute vor, die an so eine, an so einem Baum sägen mit so einer absolut stumpfen Säge und ich komme an und frage, ja, warum, warum schärft ihr die Säge denn nicht? Und die sagen, ja, sorry, haben wir leider keine Zeit für. Und dann denke ich so, ja, okay, also, das kann es nicht sein. So, das ist wichtig, dass ihr euch die Zeit nehmt, die ihr braucht, um euch als Werkzeug, und ich denke, ihr als, wenn ihr als Team zusammenarbeitet, dann seid ihr als Team ein signifikant wichtiges Werkzeug, euch wirklich zu schärfen und eure Methoden auf dem Laufenden zu halten. Und die andere Standardentschuldigung ist, wir haben das mal gehabt, aber eigentlich sind wir jetzt so, sind wir ganz gut und wir brauchen das nicht mehr so. Und dann frage ich, ja, was hat euch denn so gut gemacht? Was macht euch denn jetzt so gut? Seid ihr schon, also, seid ihr schon perfekt? Da kommen die einen schon ins Schwimmen. Und dann so, was macht euch denn so gut? Dann sagen, ja, so ganz genau, ja, also so, wir sind halt gut in der Zusammenarbeit. Also, das können die dann nicht definieren. Und wenn es dann mal eine Zeit gibt, wo die Performance runtergeht oder die nicht zusammen so gut funktionieren, dann können sie, dann wissen sie nicht, worauf müssen sie sich denn fokussieren? Was ist denn das, was sie so gut gemacht hat als Team? Also, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich auch in der Zeit, in der es gut läuft, Zeit zu nehmen für die Frage, warum sind wir denn gerade so gut? Und können wir das noch weiter verstärken? Und wie müssen wir darauf achten, dass wir, was dürfen wir auf keinen Fall verlieren? Also, wie müssen wir darauf achten, dass wir bestimmte Dinge nicht aus den Augen verlieren? Veränderung ist eine komplexe Aufgabe. Und das bedeutet, dass der Weg zum Ziel nicht klar ist, nicht mal das Ziel ist wirklich klar. Man hat vielleicht eine Vorstellung davon, wo man überhaupt hin möchte, also Veränderung im Team, in eurer Company. Ihr habt vielleicht eine Vorstellung, eine ungefähre Vorstellung davon, wo ihr hin möchtet, aber niemand kann den Weg ganz genau beschreiben. Und komplexe Aufgaben löst man iterativ. Also, Schritt für Schritt für Schritt und man nimmt sich bei jedem Schritt die Zeit zu schauen, sind wir dem Ziel näher gekommen, haben wir uns entfernt, was folgt daraus für den nächsten Schritt, was können wir anders machen? Ich hoffe, dass euch der PDCA-Zyklus, also etwas euch vorzunehmen, dann es zu machen, dann es zu überprüfen und dann entsprechend euch anzupassen nochmal und eure Sicht da anzupassen und dann wieder von vorne anzufangen, dass euch der hilft. Das Wichtigste aber ist, dass ihr für euch mitnehmt, fangt mit dem an. Wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Umfeld, fangt an und fangt einfach an. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg. Ich bin offen für euer Feedback, also sprecht mich gerne an. Ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt, entweder hier direkt im Anschluss oder sonst so auf Twitter und hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und eine Anregung für morgen oder für den nächsten Arbeitstag so ein bisschen wisst, wo ist der kleinste, wo ist der beste Hebel, um etwas nachhaltig etwas zu verändern. Gibt es sonst noch Fragen? Was sage ich denn mal im Vortritt, wenn er rumstrammen will, aber mir keine Zeit für diese ganzen Methoden gibt? Die kosten ja Zeit, geht von meiner Arbeitsleistung runter, das muss ich ja mit meinem Projekt beschäftigen. Wenn ich dann mich am Tag in 50 Minuten treffen muss, ist das eine Woche, ist das auch wieder eine Stunde. Also die Frage ist, was sage ich meinem Vorgesetzten, wenn er mir keine Zeit gibt, die entsprechend für die entsprechenden Meetings, um zum Beispiel Scrum zu machen. Meiner Meinung nach sind die Meetings Teil des Prozesses, des Entwicklungsprozesses, also wenn ich als Entwickler oder als jemand, der eine Aufgabe bekommt, diese Aufgabe fertig machen soll, dann muss ich sie natürlich verstehen. Und wo verstehe ich sie? Im Sprint Planning zum Beispiel. Und ich glaube, dass das wichtig ist, eben deutlich zu machen und da eine gemeinsame Sprache zu finden. Also ich würde erstmal zuhören, wo ist das Problem, warum siehst du das nicht als Teil des Prozesses an, obwohl es eigentlich dazugehört. Und man kann sich natürlich fragen, durchaus, vielleicht kann man das was Einfaches ausprobieren, also was verändert sich, wenn ich so ein Daily Scrum einführe. Also verändert sich signifikant was in unserer Performance, so nach oben oder nach unten. Und dann mit solchen Messdaten tatsächlich auch zu argumentieren. Ansonsten würde ich halt wirklich mich fragen, wo ist das Problem? Also warum sollten wir nicht, wenn wir das für sinnvoll halten, Dinge tun? Okay? Also einmal als Anmerkung zu dem, was du gerade sagtest, wenn dein Boss will, dass ihr Scrum macht, dann macht er was falsch. Und wenn er will, dass er das macht, dann sollte er auch Zeit dafür geben. Also das ist so dieses, man kann ja nicht eben was runterfallen lassen und sagen, mach das jetzt bitte mal irgendwie, aber ihr oder muss er halt damit leben, dass er irgendwie die Konsequenzen auch tragen muss. Aber was ich gerade noch sagen wollte zu den Retrospektiven, also wir haben festgestellt, dass das eine der Sachen ist, die man aus Scrum tatsächlich mitnehmen sollte, auch wenn man eventuell nicht komplett Scrum macht. Man sollte aber, was wir auch festgestellt haben, sich versuchen, einen Moderator mitzunehmen in so einer Retrospektive. Also irgendjemand, der nicht direkt zum Team gehört, das kann irgendwie ein Agile Coach sein, der in der Firma ist, aber versucht sowas nicht alleine zu machen, versucht jemand Moderator dabei zu haben. Ich würde dazu auch gerne was anmerken, also ich würde jetzt nicht widersprechen, den Moderator zu nehmen, aber wir benutzen es so, dass wir dann rotieren und dadurch lernt jeder im Team im Prinzip die Rolle des Moderators auch mal ein bisschen kennen und vor allen Dingen die Rolle in dem System, also Retrospektiven sind sehr wichtig und deswegen ist es auch gut zu wissen, warum die sind. Ich habe öfters auch schon Teams erlebt, wo es heißt, auch das Grummasters trägt die Termine ein, der muss das machen, das ist natürlich auch vollkommen falsch. Also wenn man keinen Moderator vor Ort hat, sollte man im Team das einfach durchrotieren, da gibt es schöne Bücher, das ist relativ einfach, da ein Konzept sich zu entwickeln. Es ist immer nur schwierig als Moderator dann an der Diskussion teilzunehmen, aber es funktioniert auch aus eigener Erfahrung. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Konferenz. Klatsch